Ja hallo, ich bin Michael. Ich habe letztes Jahr zum ersten Mal in meinem Leben hier in Bremerhaven an einem Science Slam teilgenommen, habe den auch noch gewonnen und ich muss sagen, das hat mein Leben verändert. Diese Chance möchten wir auch euch bieten. Diesmal gibt es vorab sogar ein Bühnenterming für alle Teilnehmer und ich gebe euch den Rat, macht einfach mit. Ich hoffe, wir sehen uns am 19. Oktober im Storms Löwen. Bis dahin, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.